Heute geht es noch mal um Relais. Wenn ich Relais mit Mikrocontrollern benutzt habe, um schnell was zu testen, habe ich lange Zeit diese Module genutzt. Der ist okay für Arduino, hat aber ein paar kleine Einschränkungen. Fangen wir erst mal an. Was haben wir hier? Ja, offensichtlich ein Relais. Das ist, denke ich, soweit klar. Aber für ein Relais müsste ich ja sowas hier nicht kaufen als Modul, sondern hier gibt es halt noch ein paar andere Vorteile. Zum einen, wir haben hier hinten zum Anklemmen direkt Schraubterminals. Das heißt, ich muss nicht irgendwas direkt ans Relais löten. Und hier vorne haben wir eine Ansteuerschaltung, die dafür sorgt, dass unser Digitalsignal vom Mikrocontroller das Relais auch problemlos anziehen und abfallen lassen kann. Problem ist nämlich, Relais wissen wir ja, da ist eine Spule drin. Die müssen wir mit Strom versorgen, wenn wir entsprechend dafür sorgen wollen, dass das Relais schaltet und Spulen mit Strom versorgen. Ja, da gehen halt ein paar Milliampere mehr drüber. Mehr als meistens der GPIO von unserem Mikrocontroller kann. Deswegen ist hier ein kleiner Transistor da unten drauf, der dann entsprechend dafür sorgt, dass das Ganze verstärkt wird. Außer mit dabei ist hier diese Diode. Das ist die sogenannte Freilaufdiode, heißt es meistens. Hintergrund da, wenn wir den Strom wegnehmen, naja, das hier ist eine Spule. Spule speichert Energie. Diese Energie will irgendwo hin. Und das könnte dann zurückschlagen und unseren Transistor oder den GPIO grillen. Und die Diode sorgt einfach dafür, dass genau diese Energie abgeleitet wird. Dieses Ding hier hat aber zwei große Probleme. Das erste Problem, das steht relativ deutlich hier drauf. Nämlich da 5 Volt DC. Das Ding hier ist für 5 Volt Operation gedacht. Das ist gut für so einen klassischen Arduino. Wenn wir da anklemmen, dann haben wir ja kein Problem. Hier haben wir einfach unsere 5 Volt Pins und können da direkt dran gehen. Wenn wir mit einem ESP arbeiten, ESP8266 oder ESP32, dann wird das ein bisschen unschöner. Und zwar direkt an zwei Stellen. Nummer eins, wir brauchen 5 Volt. Okay, bei Devboards kann man es von USB abgreifen. Das geht noch. Aber wenn man selber was baut, hat man eventuell nur 3,3 Volt. Das passt dann nicht mehr. Und das zweite Problem, diese Verstärkerschaltung, die ist Highside. Das heißt, die ist in der VCC-Linie drin. Und das heißt, das hier ist ein PNP-Transistor. Und ein PNP-Transistor, um den einzuschalten, muss man die Spannung unter das Niveau ziehen von der Versorgungsspannung. Das heißt also, wenn wir hier das Relais mit 5 Volt betreiben, schaltet der hier an, wenn wir unter 5 Volt drauf geben auf den GPIO. 3,3 Volt ist ja schon unter 5 Volt. Das heißt, egal ob wir hier GPIO-mäßig 3,3 Volt oder 0 Volt reingeben, der schaltet die ganze Zeit an. Das heißt, man müsste, wenn man einen ESP davor hat oder irgendeinen anderen aktuellen Mikrocontroller, der 3,3 Volt nutzt, erstmal noch ein Pegelwand davor setzen. Das ist suboptimal. Und ich hoffe, ich habe da ein bisschen was an Alternative gefunden, die mir da weiterhilft. Allerdings, erster Blick war ein Moment mal. Und deswegen jetzt hier auf den Tisch, nämlich mal gucken, wie das geht. Das Modul sieht hier so aus. Ist überraschenderweise auch einfach ein Relais-Modul. Etwas größer. Hat aber einen wichtigen Unterschied. Und zwar, wenn wir mal rumdrehen, dass die Relais hier liegen, dann sehen wir hier, das hier ist ein 5 Volt Relais. Das hier ist ein 3 Volt Relais. Das Ding hier kann direkt mit 3 Volt befeuert werden. Das heißt, wir müssen nicht mit 5 Volt rumhantieren. Aber irgendwie seltsam das Ding. Also hinten, Ausgang ist soweit klar. NC, Common und On. Das heißt also, Normally Closed, Common und ja, On, wie so auch immer. Normalerweise ist NO für Normally Opened. Das heißt also, der mittlere schaltet zwischen den beiden äußeren um, einfach durch das Relais. Und das können wir belasten, wenn wir hier gucken. 250 Volt mit 10 Ampere, sagt er jedenfalls hier. Ob das stimmt, steht an anderer Stelle. Aber der Eingang sieht ein bisschen seltsam aus. Wir haben ein paar bekannte Sachen. Ok, logisch. Wir haben hier unsere Diode. Die ist auch da. Aber wenn wir hier gucken, wir haben einen Transistor. Auch noch klar. Wir haben eine LED mit einem Widerstand. Und noch einen Widerstand. Aber wir haben hier auch noch irgendwie Jumper und ein Optokoppler. Ein PC817. Das gibt für mich nur Fragen aktuell, weil ein Optokoppler macht in meinen Augen nicht wirklich viel Sinn an der Stelle. Das heißt also, ja, ich werde mal gucken, wie die Sachen hier miteinander verbunden sind und ob das irgendwie was bringt mit den Jumpern. Ich gehe davon aus, der hier, der könnte eventuell sein, um die LED an- und auszuschalten. Oder? Nö, noch nicht mal. Ja gut, wie auch immer. Erstmal gucken, was denn das Ding hier macht und wie das verschaltet ist. Ich gehe mal ein bisschen Reverse-Engineeren hier. Ok. Ich denke, damit haben wir jetzt die Funktionsweise so weit raus. Wir haben einmal jeweils in VCC und GND den Jumper drin. Interessanterweise. Der VCC, der geht dann einmal auf das Relais, die Spule, dann auf die Diode hier oben, die über das Relais hängt und zusätzlich über den Optokoppler und einen Widerstand auf die Basis von unserem Transistor hier hinten. Im Prinzip ist die Sache relativ einfach. Wir haben hier oben unser Plus. Der geht einmal durch die Spule und so. geht dann in Minus und zwar nur, wenn wir den Optokoppler ansteuern und von da aus dann hier über den Jumper wieder zurück. Der Input hier, der ist nochmal anders. Der geht über einen 1 Kiloohm Widerstand und dann durch die beiden LEDs. Einmal die im Optokoppler und einmal die optische, die wir hier auch sehen können. Die hängt nicht mit dem Jumper zusammen, sondern die ist wirklich komplett hinten dran. Den Groundjumper, den kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, denn wenn wir den hier ziehen, dann haben wir es so, dass wir eine optische Rückmeldung haben, ob Relais an oder aus ist, aber das Relais selber schaltet nicht. Das heißt, das kann man benutzen zum Beispiel, wenn man irgendwas an Fehlersuche betreibt, um das Relais da zu schonen oder die Last wegzulassen und trotzdem zu sehen, schaltet das Ding oder nicht. Der NVCC, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso es den dann nochmal zusätzlich gibt. Ja, er ist halt da. Hätte man weglassen können und Geld sparen können. Ich sehe jetzt keinen großen Vorteil, den zu haben. Was man allgemein sehen kann, dieser LED-Pfad, der ist bis auf Ground nicht mit dem Rest hier verbundelt. Das heißt also, wenn wir hier einen Mikrokontroller anschließen, solange das Ground-Potenzial stimmt, können wir hier 3,3 Volt reingeben. Das ist kein Problem. Und VCC ist erstmal komplett unabhängig davon. Das treibt wirklich nur die Spule für unsere Relais an. Ja, gut. Sieht fürs Erste für mich schon mal so aus, als ob es funktionieren dürfte. Ehrlich gesagt, den Oplo-Kopper hätte man auch weglassen können. Ja, es trennt jetzt hier mehr oder weniger komplett den VCC ab von der Input-Seite. Aber Ground ist ja verbunden. Es sei denn, wir ziehen natürlich den hier. Dann können wir auch das komplett getrennt halten, wenn wir hier an diesem Jumper mit DuPont-Kabeln oder so drangehen. Dann hätten wir tatsächlich eine komplette galvanische Trennung. Aber macht halt auch nicht wirklich viel Sinn, weil Relais wird mit 3 Volt betrieben. Das heißt, es wird fast immer am Mikro-Controller mit dranhängen. Nun gut, jetzt muss das Ganze nur noch funktionieren. Das heißt, wir nehmen uns mal Cut hier mal auf Seite und gucken mal, was wir hier haben. Wir haben ja VCC in und Ground. Das heißt, wir nehmen uns 1, 2, 3 Kabel, machen die hier mal dran und ich suche mal auch einen ESP, dass wir mal ein Testprogramm hier drauf spielen können. Und eigentlich wollte ich jetzt nur gerade einen kurzen Beispielcode hier hochladen und ja, hat nicht funktioniert. Ich habe aber so eine dumpfe Idee, wieso? Denn nehmen wir uns mal hier etwas Alkohol und machen das mal leicht über den IC. Ihr seht jetzt, da ist schön Flüssigkeit auf dem ESP 8266. Und wenn ich jetzt einstecke, was passiert? Na, hmm. Das verdampft irgendwie sehr schnell. Ich denke, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass offensichtlich der ESP ein bisschen wärmer wird, als das gesund ist. Ich glaube, der hier ist kaputt. Ich hole mal einen anderen. Okay, dann testen wir mal. Aktuell sehen wir, hier ist die LED an. Das heißt, der D0 ist Low. Low heißt aus. Entsprechend hier nichts zu sehen. Und wenn ich jetzt anschalte, klingt gut. Wir sehen, die LED blinkt und wir hören auch das Relais schalten. Also 3,3 Volt. Schalten funktioniert hier mit. Schon mal deutlich besser als die 5 Volt Relais. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie viel Strom zieht denn das Relais? Das heißt, ich feuere mal hier mein Netzteil hoch. Und dann gucken wir mal, was da so an Strom durchgeht. Praktischerweise können wir das ja, denn wir hatten ja eben gelernt, ist ja alles galvanisch getrennt. Das heißt, wir können einfach hier hingehen, können, solange wir den Ground dran lassen, den VCC hier einfach abschrauben. Welcher ist VCC? Der hier. Und dann unser Netzteil stattdessen als Quelle hier anklemmen. Ich messe gleich auch noch mal, wie viel auf dem GPIO gezogen wird. Der wird ja auch ein bisschen was brauchen, weil der die LEDs beide versorgt. Also sowohl die in dem Optokoppler selber drin ist, aber auch natürlich die optische, die wir leider nicht ausschalten können. Alles Zeug, was Saft braucht. Aber zugegeben, ich fürchte, gegenüber dem Relais wird das nicht so das große Problem sein. So, ich mach mal gerade noch Ground hier dran. Sekunde. Okay, jetzt haben wir hier unseren Strom vom Netzteil plus Strom, den Ground von beiden. Netzteil steht natürlich auf exakt 3,3 Volt. Im Leerlauf sehe ich nichts. Ist auch nicht verwunderlich, denn wieso sollte da etwas sein? Wird ja nichts angetrieben. Und wenn ich einschalte, einiges. Da sind bei 3,3 Volt mal eben 115 Milliampere, die da fließen. Ups, also knapp 0,4 Watt. Ist auf jeden Fall etwas, was man rücksichtigen muss. 100 Milliampere oder über 100 Milliampere ist natürlich etwas, was man eventuell gucken muss, dass der Spannungsregler das kann. Gerade wenn man da einen Low-Power-Regler hat, sind 100 Milliampere natürlich etwas, was da nicht so eben rausfällt. Insbesondere könnte das halt zu Instabilitäten führen, wenn man da Dinge kombiniert. Sprich, zum Beispiel, ja, ein Relais anhat plus gleichzeitig viel WLAN-Traffic mit einem ESP macht. Da kommt man dann schnell an ein paar 100 Milliampere, die da vorhanden sein müssen. Gut, wissen wir jetzt. Jetzt interessiert mich noch, wie viel zieht auf dem GPIO. Also klemmen wir den Kram mal gerade um. Okay, also jetzt derselbe Test nochmal mit 3,3 Volt vom Netzteil hier rein. Und das ist schon etwas überschaubarer, zweieinhalb Milliampere. Das müsste eigentlich bei allen Mikrocontrollern so ein GPIO hergeben. Also, immerhin. Ja, und damit sind wir, denke ich, auch am Ende für hier das Ding angekommen. Jedenfalls, was so die Analyse angeht. Prinzipiell funktioniert es. Ich meine, wir können hier schalten, wir können Strom draufgeben und dann schaltet es um. Schaltung selber, wie gesagt, für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ich meine, wir sehen ja, sie funktioniert einwandfrei. Daran soll es nicht scheitern. Aber gerade der Optokoppler, ich sehe jetzt nicht, welchen Sinn der hier erfüllen soll. Denn, naja, wir haben eh unsere Grounds verbunden und der GPIO, der ist halt zumindest in der Standardbeschaltung ohnehin mit Ground verbunden. Von daher, er bringt keinen Vorteil. Und so ein Optokoppler, der kostet halt auch ein paar Cent, macht also das Produkt am Ende teurer. Und er braucht halt auch noch ein bisschen Strom am Eingang. Das heißt also, auch der Stromverbrauch geht dadurch eher hoch. Ansonsten, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, wenn man schon Jumper da drauf macht, dass man einen hinmacht, um die LED abschalten zu können. Denn auch die braucht wieder Strom. Aber, naja, beides halt im Vergleich zum Relais jetzt nicht so der große Posten. Von daher, passt schon. Wie auch immer, ich kann jetzt hier meine Relais-Basteleien auch mal mit einem ESP auf sie schneller aufbauen und damit dann Dinge ausprobieren. Und will dann hoffen, dass hier die Module auch ein bisschen länger das tun, was sie sollen. vor probablysten. so Vielen Dank.